Ein Drittel der Deutschen fühlte sich im Corona-Winter 2020 häufiger einsam als vorher. Kein Wunder, Schule und Uni fanden größtenteils remote statt und viele von uns haben zu Hause gearbeitet. Mit den Kontaktbeschränkungen oder einem positiven Corona-Test war man dann buchstäblich isoliert. Vielleicht war das bei euch ja auch so. Deshalb schauen wir uns heute an, was Einsamkeit überhaupt ist. Welche Rolle spielt dabei euer Alter oder das Gehalt und wo leben die einsamsten Deutschen? Ich bin Daniela und damit herzlich willkommen zu Zweifelsfrei. Wir erklären euch Zahlen und Statistiken. Was ist Einsamkeit? Naja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber ganz wichtig, Einsamkeit solltet ihr nicht mit Alleinsein verwechseln. Bewusst alleine zu sein ist ein selbstgewählter Zustand. Den nutzen viele zum Beispiel, um sich zurückzuziehen und die Akkus wieder aufzuladen. Bei Einsamkeit ist das nicht so. Allgemein wird sie definiert als eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Einsamkeit darf nicht mit sozialer Isolation gleichgesetzt werden. Und das bedeutet übersetzt, man fühlt sich einsam, wenn man weniger Kontakte hat, als man sich wünscht. Das ist sehr individuell und deshalb nicht so leicht zu vergleichen und noch schwerer zu messen. Was man aber objektiv messen kann, ist die soziale Isolation. Dafür schaut man sich die durchschnittliche Anzahl der Kontakte für eine bestimmte Gruppe an. Wer diese Zahl unterschreitet, der gilt als sozial isoliert. Und das kann dann zu Einsamkeit führen. Aber nicht nur das. Isolation kann Stress verursachen. Ja, und wohin das führt, haben wir euch in einem unserer letzten Videos erklärt. Findet ihr da oben. Das Alter spielt beim Empfinden von Einsamkeit eine wichtige Rolle. Das zeigt eine groß angelegte Studie von zwei Forscherinnen der Unis in Köln und Chicago. Sie nutzten Daten von gut 16.000 Erwachsenen Teilnehmenden aus einer 2013 in Deutschland erschienenen repräsentativen Studie. So konnten sie zeigen, in welchen Altersgruppen Einsamkeit am stärksten vorkommt. Und ja, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Die Ältesten sind auch die Einsamsten. Das kann daran liegen, dass in dieser Lebensphase oft die PartnerInnen oder auch viele Bekannte schon verstorben sind. Oder an krankheitsbedingten Einschränkungen, wegen denen man vielleicht die Wohnung nicht mehr verlassen kann. Ja, und das macht es dann natürlich schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Am geringsten ist die Einsamkeitsrate dann, wenn viele ihre Rente beginnen. Heißt aber auch, im Verlauf von 20 Jahren steigt das Gefühl von Einsamkeit massiv an. Bis zum Rentenbeginn wurde aber häufig ein relativ stabiles Netz an Kontakten geknüpft. Und oft ist dann wieder Zeit für Hobbys. Man trifft dabei vielleicht sogar neue Menschen. Häufig einsam sind auch junge Erwachsene und Menschen in der Lebensmitte. Warum gerade junge Menschen so stark betroffen sind, konnten die ForscherInnen nicht herausfinden. Denn Faktoren wie schlechte Gesundheit oder die Anzahl von Kontakten spielen da kaum eine Rolle. Aber es ist eben ein Zeitraum, in dem viele Umbrüche stattfinden können. Ihr kennt das vielleicht selbst. Ein Umzug, der neue Job oder auch das erste Kind. All das kann uns aus unserer Komfortzone katapultieren und je nach Persönlichkeit für Einsamkeit sorgen. Und apropos Umbrüche. Auch die Corona-Pandemie hat für deutlich mehr Einsamkeit gesorgt. Das zeigt eine neue Erhebung des Deutschen Instituts für Altersfragen. Fast jeder Siebte in der zweiten Lebenshälfte fühlt sich einsam. Spitzenreiter sind die 46- bis 55-Jährigen. Es zeigt sich aber auch im Trend. Nämlich, dass die Ältesten deutlich weniger einsam sind als noch 2013. Zumindest laut dieser Studie. Woran genau das liegt, wissen wir auch nicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass politisch und gesellschaftlich mehr unternommen wurde, um Einsamkeit im Alter zu verringern. Oder es liegt an der kaum vorhandenen Vergleichbarkeit. Denn bei dieser Studie werden die 76- bis 90-Jährigen in einer Gruppe untersucht. Und es handelt sich auch nicht um die gleichen Personen wie in der Studie von 2013. Dramatischer sind die Zahlen bei Menschen zwischen 15 und 30 Jahren. Ich bin einsam. Dieser Aussage stimmen gut 35 Prozent voll oder eher zu. Das zeigt eine Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2021. Ein weiterer Risikofaktor für Einsamkeit ist dein Einkommen bzw. ob du einen Job hast. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hat ergeben, dass arbeitslose Menschen auch einsamer sind. Das kann daran liegen, dass wir das Arbeiten in einer Gruppe als sinnstiftend empfinden. Und außerdem hat man mit einem Job in der Regel ja auch mehr Geld zur Verfügung. Zumindest für einen Teil des Tages eine feste Struktur und den Kontakt zu KollegInnen. Ja, und Stichwort Umbrüche von vorhin. Es sieht so aus, als ob das nicht in jedem Alter so wahrgenommen wird. Menschen in Ausbildung und Lehre sind der Studie zufolge auch einsamer als der Durchschnitt. Vielleicht auch deshalb, weil man im Studium oder im Betrieb am Anfang noch nicht so richtig verwurzelt ist und erst mal wieder anfangen muss, neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem hat man in der Ausbildungszeit tendenziell eher wenig Geld zur Verfügung. Und machen wir uns nichts vor, ob man an der Gesellschaft teilhaben kann. Das liegt auch daran, ob unser Geldbeutel voll oder eher leer ist. Kino, Konzerte oder mal was essen gehen, das wird mit geringem Einkommen fast unmöglich. Das bestätigt auch die Bertelsmann-Studie. Fast die Hälfte der jungen Menschen mit finanziellen Sorgen fühlen sich einsam. Und knapp zwei Drittel von ihnen hat Ängste, was die Zukunft betrifft. Armut kann also zu sozialer Isolation führen und die dann wiederum zu Einsamkeit. ForscherInnen der Uni Hamburg haben herausgefunden, dass sich arme Menschen weniger oft mit Freunden treffen. Und dass sich der Freundeskreis auch maßgeblich verändert. Denn je länger man arm ist, umso weniger trifft man Menschen mit einem festen Job. Und das wiederum verringert die Chance, von der Armut wegzukommen, weil einfach die Kontakte fehlen. Einsamkeit bedingt also Armut und Armut bedingt Einsamkeit Teufelskreis. Deshalb fordern Forschende auch, dass sich die Politik mehr um das Thema kümmern sollte. In einigen Ländern wie Großbritannien und Japan gibt's bereits Ministerien für Einsamkeit. Wie seht ihr das denn? Müssen die PolitikerInnen stärker aktiv werden? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal da seid, dann gerne auch ein Like und ein Abo dalassen. Ob wir einsam sind oder nicht, hat auch damit zu tun, wo wir wohnen. Was meint ihr, wo wohnt man denn am einsamsten? Auf dem Land oder eher in einem Wohnblock in der Stadt? Im Grunde ist beides richtig. Es zeigt sich aber, dass Einsamkeit vor allem an den Orten groß ist, die eher abgelegen sind. Mit wenig Infrastruktur. Dort fehlen zum Beispiel ÄrztInnen, Bäckereien, Parks oder andere kulturelle Angebote. Und je weiter Orte von einem Oberzentrum, also meistens einer Stadt mit genau dieser Infrastruktur, entfernt sind, desto mehr fühlen sich Menschen einsam oder eben abgehängt. Aber auch wenn viele Menschen aus einer Region wegziehen, fühlen sich die Verbliebenen alleingelassen. In Deutschland finden sich diese Regionen verstärkt im Osten. Mecklenburg-Vorpommern und weite Teile Brandenburgs führen die Einsamkeitsstatistik an. Ähnlich hohe Werte findet man sonst nur im östlichen Bayern oder in Ostfriesland auf den Nordseeinseln. Aber auch in großen Städten kann man einsam sein. Dort, wo viele Menschen hin und auch schnell wieder wegziehen, steigt die Einsamkeit. Häufiger Auslöser dafür ist, na klar, die Anonymität. Es ist gerade in Städten leicht, in der großen Masse an Menschen unterzugehen. Ihr könnt ja mal zählen, wie viele eurer Nachbarn ihr mit Namen kennt. Also ich kenne immerhin die Hälfte der Hausparteien, würde ich sagen, aber auch gerade so die Namen. Oder wie viele neue Nachbarn hattet ihr, seit ihr in eurer Wohnung wohnt? Denn auch das ist ein Problem. Wenn Menschen häufig umziehen, dann bleibt oft kaum Zeit, um Leute kennenzulernen. Am wenigsten einsam lebt man übrigens in Nord- und Südbayern. Der Eifel und in der Gegend zwischen der Pfalz und dem Saarland. Das klingt jetzt sehr ländlich und das ist es auch. Der Vorteil dieser Region, sie sind sehr dicht besiedelt. Das heißt, der Weg zum nächsten Bäcker, der Ärztin im Nachbarort oder zum Sportverein ist ziemlich kurz. Andererseits wohnen dort auch nicht so viele Menschen, dass man den Überblick verliert. Die Good News zuerst. Wer einen Job hat, ist zumindest weniger häufig einsam. Aber Armut ist und bleibt ein großes Einsamkeitsrisiko. Und nicht nur das, auch junge Erwachsene und alte Menschen sind statistisch öfter einsam. Dazu spielt auch noch der Wohnort eine Rolle. Das bedeutet, Einsamkeit ist vielschichtig. Und das Empfinden auch von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich. Und es zeigt, einsame Menschen können oft gar nichts für ihre Situation. Häufig sind Umbrüche oder andere äußere Einflüsse entscheidend. Deshalb ist es auch wichtig, das Thema Einsamkeit zu entstigmatisieren. Also darüber zu sprechen und Hilfsangebote zu schaffen. Dazu findet ihr auch einen Link in der Infobox. Falls ihr noch mehr Futter zum Begriff Einsamkeit braucht, unsere Funk-KollegInnen von Psychologeek haben sich auch mit dem Thema beschäftigt, findet ihr hier oben. Oder ihr wollt rausfinden, wie durchschnittlich ihr seid. Dann kann ich euch unser letztes Video sehr empfehlen, hier unten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin Daniela und für heute raus. Macht's gut!